Liebe Schwimmfreunde, wir sagen Hallo aus Budapest. Wir sind jetzt fertig mit unseren vier Vorrunden. Jetzt geht es dann für die Karoline und mich ins Halbfinale und wir denken natürlich auch sehr an euch. Wir haben hier das Glück, gute Bedingungen zu haben, aber wir wissen, dass für viele von euch zu Hause jetzt leider ein Lockdown bevorsteht und dass es keine Trainingsmöglichkeiten geben wird. Wir wollen euch nur daran erinnern, dass ihr nach diesem Monat hoffentlich wieder die Möglichkeit habt, ins Wasser zu kommen und wir drücken euch die Daumen, bleibt dabei und haltet euch fit außerhalb des Schwimmbeckens. Tschüss! Tschüss!